Wusstet ihr, dass nicht alle der von Anthony genannten ungeeigneten Nahrungsmittel gleichschädlich sind? Wenn man sich also schwer tut, sie alle wegzulassen, kann es eine Hilfe sein, über die Ebenen der ungeeigneten Nahrungsmittel Bescheid zu wissen. Es gibt fünf Ebenen. Das heißt, es ist besonders wichtig, die Nahrungsmittel der ersten Ebene wegzulassen, wenn man seine Gesundheit schützen will. Die Ebenen stellen also quasi eine Reihung dar. Wenn man anfängt, am besten zunächst die Dinge der ersten Ebene weglassen. Am zweitwichtigsten ist dann die zweite Ebene und so weiter. Ebene 1. Eier, Milchprodukte, Gluten, Limonadengetränke, zu viel Salz. Ebene 2. Alles bisher genannte und zusätzlich Schweinefleisch, Thunfisch, Mais. Ebene 3. Alles bisherige und zusätzlich industriell hergestellte Speiseöle, Palmöl, Rapsöl, Maisöl, Färberdistelöl, Sojaöl und andere. Soja, Lammfleisch, Fisch und Meeresfrüchte. Ebene 4. Alles bisherige und zusätzlich Essig, auch Apfelessig, fermentierte Lebensmittel, auch Kombucha, Sauerkraut und Kokosaminus. Ebene 5. Alles bisherige und zusätzlich Getreide, außer Hirse und Haferflocken. Alle Öle, auch gesündere, wie die Öle aus Oliven, Walnüssen, Sonnenblumenkernen, Kokosnüssen, Sesam, Avocado und so weiter. Wer alles tun möchte, um gesund zu werden, fährt am besten, wenn er die Nahrungsmittel aller Ebenen meidet. Außerdem sollte man noch folgende Dinge meiden. Alkohol, künstliche Aromen und Süßungsmittel, Hefeflocken, Zitronensäure, Glutamat, Konservierungsstoffe. Ja, also ich war froh über diese Liste, denn sie gibt einen Anhaltspunkt für die Entscheidung, wenn man mal aus einer von zwei ungünstigen Alternativen wählen muss. So wusste ich zum Beispiel nicht, dass zur Not Schweinefleisch noch immer besser ist als Gluten oder das Soja noch immer das geringere Übel ist, verglichen mit Mais. Und ihr habt ja sicher bemerkt, dass auf den höheren Ebenen, also auf Ebenen 4, 5 und so, genannte Dinge, zum Beispiel die Kokosaminos oder auch die gesunden Öle, absolut auch in Rezepten von Anthony vorkommen. Es kommt also ganz darauf an, wo man mit seiner Gesundheit steht und wie tief oder wie viel tiefer man noch mit seiner Reinigung gehen möchte. Ich hoffe, diese Informationen helfen euch und tschüss, bis zum nächsten Mal.